zustimmen. Auf keinen Fall. Wie wäre es denn damit? Ich werde dich nicht töten, solange du die Niederlage noch nicht eingestanden hast. Klingt das akzeptabel? Tja, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass du ein besseres Angebot machst. Also, ah, scheiß drauf. Ich will jedenfalls dieses blöde Lied hören. Nun gut. Lasset das Spiel be... Warte, warte wenigstens, bis ich bereit bin. Wie meinen? Ich weiß doch nicht mal, was für eine Art von Fragen das sein werden. Die Fragen beschäftigen sich mit einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Mehr kann ich darüber nicht offenbaren. Na, super. Bist du bereit? Ja. Äh, nicht so schnell. Muss noch speichern. Wenn er mich mit seinem Laser... Sollte er mich mit seinem Laser zerschließen, dann ist es aus. Ich glaube, ich bin jetzt bereit. Bist du sicher, Randall Higgs? Okay, schieß los. Nun gut. Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit der größten Geschichte, die je erzählt wurde. Oh, warte mal. Es geht um Religion? Wir Maschinen glauben nicht an Religion. Religionen sind vollständig irrational. Wir reden über Science-Fiction. Ja, klar, weil das so viel glaubwürdiger ist, ja? Sag mir, Randall Higgs, was ist die allergeilste Science-Fiction-Saga aller Zeiten? Sagtest du gerade allergeilste? Beantworte bitte die Frage. Tja, schätze, wir reden hier über diese abscheulichen Track-Wars-Geschichten, oder? Vergiss mal diese Pseudo-Schöpfung, die aus der Restrukturierung der Raumzeit resultierte. Ich rede über die wirklich erstaunlichste Science-Fiction-Saga aller Zeiten. Du meinst mit Lichtschwertern und dem ganzen Kram? Und ohne Millennium Enterprise? Exakt. Sind diese Werke nicht urheberrechtlich geschützt oder so? Das werden wir bald herausfinden. Okay. Nur gut, dass du nicht über Kampfstern-Galaktika oder so redest. Oh, und übrigens, woher weißt du, dass Track-Wars nur ein Haufen lahmarschiger Scheiße ist? Dein Handeln verändert ständig die Gegenwart, Zukunft, die du am nächsten Tag erlebst. Und Menschen ist es nicht vergönnt, dieses Konzept zu rationalisieren. Aber ich bin nicht menschlich, obwohl ich mein eigenes Bewusstsein habe. Deshalb wird meine Erinnerung nicht von diesen Veränderungen beeinflusst. Und die Abreibung, die du mir gestern verpasst hast, hat mich mehr zu einem Hipster werden lassen. Findest du nicht auch? Ja, das stimmt wirklich. Du würdest einen guten Ersatz für diesen stinkenden Penner abgeben. Okay, weißt du was? Ich hab mich entschieden. Ich will, dass du mir weissagst. Aber ich will dich desintegrieren. Vergiss das nicht. Ja, stimmt. Ähm, sollen wir mal anfangen? Los geht's. Und denk dran. Es gibt mehrere Fragen. Du musst sie korrekt beantworten. Mindestens drei hintereinander, wenn du gewinnen willst. Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen, Randall Hicks. Erste Frage. Wenn Boba Fett es geschafft hätte, auf wundersame Weise dem Sarlacc zu entkommen, wer ist dann der Charakter mit den wenigsten Zeilen in der ganzen Saga? Ich würde sagen Boba Fett, aber nee. Jabba the Hutt. Chewie hat mehr geredet und er zu dir zu auch. Jabba the Hutt. Falsche Antwort, Randall Hicks. Ich dachte, du seist bei dem Thema Experte. Das wusste ich. Ich hab mich nur ganz kurz nicht konzentriert. Wenn Obi-Wan den Tuskenräubern begegnet, aber sich entscheidet, nichts zu sagen, wer ist dann höflicher? Chewbacca, Obi-Wan, die Tuskenräuber. Chewbacca. Falsche Antwort, Randall. Das ist für mich nicht so einfach. Wenn Admiral Ackbars Gesicht wie ein mutierter Fisch aussieht und Chewbacca wie das Resultat einer Romanze zwischen einem Yeti und einem Yorkshire Terrier, wer ist dann das hässlichste Wesen im Universum? Yoda. Oh, der Typ in der Kantine, der zu Luke... Falsche Antwort. Hm, vielleicht. Diesmal mach ich's richtig. Wenn Prinzessin Leia einen gebratenen Tonton auf einmal verspeist und dann Chewbacca das gleiche mit einem Sturmtruppler macht, wer nimmt dann mehr zu? Jabba the Hutt. Nicht korrekt. Wenn du's so sagst, dann kann ich wohl nicht Nein sagen. Wenn Yoda der weiseste Jedi in der Galaxie ist, wer ist dann der Mächtigste? Obi-Wan. Das ist nicht... Ehrlich? Ich war mir fast sicher, das war die richtige An... Das würde ich niemals tun. Wenn die Evox auf Endor eine Silvesterparty veranstalten, wer sollten dann die Ehrengäste sein? R2-D2 und C3-PO. Falsche Antwort. Das wusste ich, ich hab... Wenn Jar Jar Binks einen schrecklichen, gnadenlosen Tod verdient hätte, was er zweifellos hat, wer sollte dann der Scharfrichter sein? Das wusste ich, ich hab... Wenn die Sith wirklich schlecht gelaunte Zeitgenossen sind, die Jedi aber viel freundlicher, wer ist dann am hässlichsten? Wenn Tatooine der Heimatplanet von Anakin und von Luke ist, auf welchen Planeten wird dann dehydriertes Gemüse verkauft? Was dehydriertes Gemüse... Was hat das damit zu tun? Na, bo... Wenn du so sagst... Wenn Prinzessin Leia auf Hoth ein Picknick veranstaltet und Luke, Han, Wedge und Chewie dazu einlädt, wer kommt als erstes? Wer ist Wedge? Hä? Ich kenn keinen Wedge. Nur aus Final Fantasy 7. Leia! Tja, die wird ja wohl als erstes da sein, wenn sie die... Richtig. Aber... Ich... Muss... Klar, sicher, ähm... Geh mir... Wenn Darth Vader viel später als sonst zu Abend ist... Wer hat dann Grund, böse zu sein? Der... Das ist... Ehrlich? Das würde ich... Wenn der X-Wing-Fighter der schnellste Jäger ist, den es gibt. Aber der TIE-Fighter eine höhere Feuerkraft besitzt. Welchen kann man besser im Weltraum-Tourismus einsetzen? Den X-Wing. Der X-Wing ist cooler, was... Richtig. Ach. Aber... Klar. Gööööööööööö... Wenn Han Solo vom Auftrauprozess blind geworden ist und der Lando Calrissian versehentlich ins Auge haut, wer sollte dann den Millennium-Falken fliegen? Er Chewie. Chewbacca. Falsch... jeder jedi kümmert sich um seine eigene waffe richtig klar wenn wir sollte dann in wirklichkeit neue hoffnung der gab luke ergibt sich hier nun gut jetzt hast du schon zwei bist du sicher dass du du hast den test nicht bestanden randall hicks das war nicht ich weiß aber du musst verstehen dass ich gar nicht so richtig wusste wie das hier lauf außerdem habe ich kopfschmerzen ich komme gleich wieder randall hicks würde ich nie machen du bist ich bin wieder da und ich werde das werden wir hier sehen da kannst du ein nun gut merk dir wenn luks lichtschwert beim ok das hatten wir luke jeder je richtig klar sicher wenn der x-wing fuck weg den x x-wing ist cool der ist du sicher wenn boba fett es geschafft hätte auf wundersam wer ist dann der karte boba fett der typ redet fast neu doch hat er charisma unglaublich du hast es gut du hast es gut du hast es gut du hast es gut okay ich hab's also werde ich die 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 mann du redest komisch was ist los ross ss was es musst du dann auch umrechnen gesteht eine niederlage ein mann das ist ist oh 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 du verscheißerst mich doch cool hast du meinen super computer mit einem hammer angegriffen und warum sinkt der jetzt ist ich glaube du hast recht der ist total gaga ach man jetzt muss ich den selbst reparieren weil ich nicht vorhabe mir die ganze zeit das gedudel anzuhören bis der techniker kommt ehrlich mir gefällt's ach ja du magst ja auch stirbt langsam 4.0 ja na und das ist ein klassiker ein total unterschätzter film ja klar egal ich hab jetzt zu tun wenn es dir nichts ausmacht also lass mich arbeiten ja na klar mach nur man sieht sich charlie hast du mal einen moment nur wenn es was wichtiges ist ich hab zu tun ja kommt drauf an was man als wichtig bezeichnet ich meine für mich ist es wichtig na gut dann lass hören was geht's oh mein gott was denkst du über den körpertausch von octavius und peter parker komm schon mann ich hab dir gesagt ich hab heute den richtigen scheißtag und damit nicht genug ich kann mit diesem scheiß ding nicht richtig arbeiten wovon redest du der verdammte schraubenzieher der ist für schlitzschrauben und ich brauche einen torx damit ich hells lautsprecher abmontieren kann dass der endlich mal die klappe hält aber warum denn der song ist der hammer rando bitte ok na dann die die da die 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 davon ich sollte mit dem nicht mehr reden bis ich was gefreut ich will nicht dass irgendwer uns für jetzt komm alter jetzt kann ich das mitnehmen habe ich irgendwas um das abzuküren oder so und die das kohlen und die ist es die meisten sind klasse ich will ja okay Heyy... Ich sollte nicht... Ehh, wir gehen gleich ins Cave Ich bin jetzt noch nicht zurück Weil sonst steht Dings vor der Haustür Weil Dings steht bestimmt vor der Haustür Oh, Scheiße. Randle hat kein Geld dabei. Ein Anti-Etablissement. Hey, was geht? Kenn ich dich? Nee, solltest du aber. Hör mal, ich warte hier nur auf jemanden. Wenn du also nichts dagegen hast... Störe ich? So ein bisschen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ein Typ, der wie Travis aussieht, bedroht mich. Wie wer? Mir ist gerade eingefallen, dass ich dich halte. Ja, hau ab. Kann ich dir mit dem Hammer schlagen? Ich habe seit sieben Jahren niemandem mehr in den Hammer übergezogen. Ich bin clean. Vergisse. Nein. Jetzt komm. Muss ich gar... Muss ich... Nur eine Party tröten. Das ist kein... Hey, das erinnert mich an die Schalldämpfer, die man immer in den Filmen sieht. Nur viel billiger. Den kann... Den kann... Den kann... Muss ich... Muss ich... Ich glaube... Es gibt... Es gibt... Okay, okay. Geben mir leid, es noch fällt ins Käfer ein. Nicht jetzt. Pateroy. Hey, wie geht's denn heute so, Pater? Sehen Sie, tut mir leid, dass ich Ihnen gestern die Kreide geklaut habe und dass ich versucht habe, sie zu vergiften. Wissen Sie, ist einfach so passiert. Obwohl, jetzt wo ich darüber nachdenke, technisch gesehen sollten Sie sich gar nicht daran erinnern. Also, vergessen Sie, was ich gerade gesagt habe. Brava, Junge. Elaine sieht aus wie zuvor. Wie geht's, Elaine? Seit du hier bist, bin ich unruhig. Weißt du, du hast Schmetterlinge im Bauch, sobald du mich siehst? Eher Barracudas. Elaine, ich bin's doch bloß. Du musst nicht gleich weiche Knie kriegen, wenn ich dich anlächle. Okay, gut. Weil ich nämlich keine habe. Ich kenn dich doch, Elaine. Ich weiß, wie du dich fühlst. Dann weißt du ja, dass mir gerade schlecht ist. Ach, weißt du. Ich glaub nicht, dass die schnippische Tour das beste Mittel ist, das Herz eines Mannes zu erreichen. Wär dir ne Schraubzwinge lieber? Hör mal, Elaine. Wir müssen dieses Spielchen nicht mehr durchziehen. Ich weiß, dass du mich magst. Das Einzige, was ich an dir mag, Randall, ist, wenn du wieder gehst. Wenn ich sage, ich werde unruhig, wenn du reinkommst, dann nur, weil ich nicht weiß, ob du ein kotwerfendes Tier dabei hast oder deinen kotzenden Freund. Beides ist nicht so gut. Macht das die Sache etwas klarer für dich? Wow. Das war er. Die Wahrheit. Okay. Ich verspreche, mich von jetzt an zu benehmen. Vielleicht kann ich auch alles wieder gut machen. Ach, komm schon, Randall. Vergiss es. Liegt es an mir oder wird Elaine mit zunehmendem Alter immer besser als Suviko? Oh, man. Er sollte halt nicht irgendwie... Er sollte vielleicht mal irgendwie nicht... Oh, hier hängen immer noch die Post von Rapture. Und da ist der Kondomautomat. Nee. Es gibt nichts, was ich hier tun könnte, meine ich. Und dann? Ja, die Pfütze in die Jackentasche stecken, genau. Das würde kein... Ach was. Auf zu rennen, das ist immer noch. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob der einfach nur ein Gimmick ist oder... Das ist... Das ist... Ähm... Wenn ich meinen VIP-Ausweis sehe und gar nicht dort bin, bin ich voll TNT. Ich bin die Kanonen von Navarone. Im Ernst, was zum Geier mache ich eigentlich hier noch? Ich gehe da hin und mache sie alle, alle. Mann, Junge. Bleiben wir mal cool, wie zwei Fonzis. Und bitte sag mir, dass das keine echte Knarre ist, die du da hast. Was hast du gesagt? Mr. Neun...